Vielleicht mehr als andere künstlerisch-handwerkliche Ausdrucksformen legen gerade Textilien berätes Zeugnis ab über die Kultur, aus der sie kommen. Oft sind sie nicht einfach Gebrauchsgegenstand, sondern transportieren soziale, religiöse, politische, aber auch ganz persönliche Inhalte. Die Yoruba im Südwesten Nigerias haben eine hochentwickelte Textilkunst geschaffen, die Adire genannt wird. Das Wort Adire heißt wörtlich übersetzt das, was gebunden und gefärbt ist. Heute bezeichnet Adire Allgemeinstoffe, die mit Mustern versehen und mit Indigo gefärbt werden. Das Prinzip der Adire-Herstellung besteht darin, dass bestimmte Teile des Stoffes mit verschiedenen Exklusionsmedien so abgedeckt werden, dass sie nach dem Färben weiß oder doch zumindest hellblau bleiben. Adire war für lange Zeit die Methode der Textilfärbung bei den Yoruba. Allerdings geht die Adire-Herstellung seit geraumer Zeit drastisch zurück. Zum einen sind heute importierte, bunt gefärbte Wachsbatiken überall günstiger und schneller zu haben. Zum anderen erfordert die Adire-Herstellung einen enormen Arbeitsaufwand, der in Zeiten wachsender Armut kaum noch zu bezahlen ist. Heute gibt es nur noch einige wenige Orte, wo Adire produziert wird. Einer davon ist das Nike Center for Arts and Culture in Oshokbo, das 1986 gegründet wurde. Nike Davis, Nigerias bedeutendste Künstlerin und Initiatorin des Zentrums, betreibt hier die kostenlose Ausbildung von mehr als 80 Studenten, meist jungen Frauen. Sie hat Schulungs- und Ausstellungsräume errichtet und kommt häufig sogar für Unterkunft und Verpflegung der Studenten auf. Die meisten von ihnen lernen die Herstellung moderner Wachsbatiken, die mit chemischen Farben gefärbt werden. Außerdem sind andere Künstler mit dem Zentrum verbunden, die Ölmalerei, Perlenbilder, Wollapplikationen, Drucktechniken, Holzschnitzereien und Metallskulpturen produzieren. Auch in diesen Bereichen werden Studenten unterrichtet. Abgesehen von diesen zumeist modernen künstlerischen Ausdrucksformen, bemüht sich Nike vor allem um die Wiederbelebung der alten Adire-Techniken. Traditionell war die Adire-Herstellung ausschließlich Sache der Frauen. Da aber bei den Yoruba die traditionelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern in vielen Bereichen nicht mehr greift, können heute auch Männer Adire herstellen. Dieser Film versucht nicht, eine traditionelle Situation zu rekonstruieren, sondern will einen Einblick geben in die vielen und unterschiedlichen Arbeitsprozesse der Adire-Produktion, so wie sie heute betrieben wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der erste Schritt in der Zubereitung des Indigo-Farbbades ist das Sammeln junger Blätter der Elu-Pflanze. Hier tun das Silifat und eine ihrer Studentinnen. Silifat ist ihr islamischer Name, aber sie wird eigentlich Yalaro genannt. Ein Titel, der einer älteren Frau zukommt, die Meisterin im Stoffe-Färben ist und darin auch Studentinnen ausbildet. Yalaro kommt aus einer Familie, die schon seit Generationen in der Adire-Produktion tätig ist. Im Jahre 1990 lernte Nike sie zufällig auf einem Textilmarkt in Ibadan kennen. Nike merkte bald, dass sie es mit einer der ganz wenigen, noch aktiven Adire-Expertinnen zu tun hatte und lud sie ein, nach Oshokbo zu kommen. Seitdem lehrt Yalaro in Nikes Zentrum und gibt ihr wertvolles Wissen an die nächste Generation weiter. Nach dem Sammeln werden die Blätter in einem hölzernen Mörser zerstoßen. Zurück bleibt eine grünlich-blaue Masse. Daraus werden, mit ein wenig Wasser vermischt, Bälle geformt, die dann einige Tage in der Sonne trocknen. Es ist die langsame Oxidation dieser Blätterbälle in alkalischem Wasser, die das Indigo-Blau hervorbringt. Um ein alkalisches Medium zu gewinnen, werden Schalen der Kakaofrucht gesammelt, getrocknet und zu Asche verbrannt. Früher wurde diese Arbeit von alten Frauen verrichtet, die sich dadurch ein kleines Zusatzeinkommen verschafften. Hier demonstriert es ein Student des Nike-Zentrums. Ich bin ein Alton ehrgeist, die sie nicht mehr als Angelektur zu verbringern. Ich bin ein Alton ehrgeist, die sich nicht mehr als Angelektur zu verbringern. Aber in der Kakaofrucht wurden sie von Alton und hat sich nicht mehr als Angelektur zu verbringern. Nach dem Erkalten wird die Asche in einen Tontopf verbracht, der ein Loch im Boden hat. Dieses wird mit Zweigen abgedeckt, sodass der Topf wie ein Sieb funktioniert. Das Wasser löst die feinen Bestandteile der Asche, während die gröberen zurückbleiben. Das Yoruba-Wort für diesen Topf und das damit gewonnene alkalische Wasser ist Oluba. Schließlich füllen Bidemi und Kehinde das Aschewasser in einen anderen, größeren Topf, den die Yoruba Ikoko Aro nennen. Diese fassen mehr als 100 Liter Wasser und sind aus Ton gefertigt. Im Nike-Zentrum wurden sie mit Zement verstärkt. Zwischen 100 und 125 ELU-Blätterbälle werden benötigt, um in diesen Töpfen die tiefblaue Indigo-Farbe zu erzeugen. Sie werden zerbröselt und es dauert einige Tage, bis die Oxidation zwischen ihnen und dem alkalischen Wasser abgeschlossen ist. In jedem Falle aber muss die Mixtur täglich etwa eine halbe Stunde umgerührt und anschließend sorgfältig abgedeckt werden, sodass sie vor Regen und Schmutz geschützt ist. Eine erfahrene Färberin erkennt den Reifezeitpunkt des Farbbades, indem sie es kostet oder mit den Fingern seine Farbe und Konsistenz prüft. Es bleibt dann für etwa fünf Tage aktiv. Die lange Reifezeit des Farbbades einerseits und dessen nur kurze Benutzbarkeit andererseits ist der Grund dafür, dass Färberinnen immer mehrere Töpfe mit Indigo-Farbe in unterschiedlichem Reifezustand zubereiten. So können immer ein oder zwei davon benutzt werden. Die großen Töpfe, in denen die Stoffe gefärbt werden, sind enorm aufwendig herzustellen. Die Töpferei bei den Yoruba ist, wie auch die Adire-Produktion, ein traditionelles Frauenhandwerk. Und wie die Adire-Produktion erlebt auch die Töpferei seit Jahren einen stetigen Niedergang. Kaum noch eine Töpferin kann heute Tontöpfe dieser Größe herstellen. Der Ton wird mit Wasser vermischt und mit den Füßen geschmeidig gemacht. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Danach formt ihn die Töpferin mit einem Stein über einem umgestülpten Topf an. Dann muss er in dieser Position für eine bestimmte Dauer trocknen. Jetzt in der Regenzeit kann das drei oder vier Tage dauern. Anschließend wird die Form des Topfes mit Tonwürsten fertiggestellt. Dies passiert in mehreren Arbeitsschritten. Jedes Mal nimmt der Topf um ca. 30 cm an Höhe zu. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In der Regenzeit wird ein Feuer in einer Kalabasse im Inneren des Topfs entzündet, damit auch die Innenseiten trocknen. Hat der Topf seine endgültige Größe erreicht, lässt man ihn etwa 40 Tage trocknen, bevor er gebrannt wird. Der Brennofen besteht aus einer halbkreisförmigen Lehmmauer, die knapp einen Meter hoch ist. Hier wird die Brennware gestapelt und mit wärmeleitenden Tonscherben oder Blech abgedeckt. Durch ein Loch in der Mitte des Ofens wird Holz nachgelegt. Das Brennen dauert mehrere Stunden. Es gibt fünf verschiedene Methoden, um Stoffe mit Mustern zu versehen. Das Exklusionsmedium bei Adire Eleko und Adire Onibatani ist Kassava-Stärke. Kassava, ursprünglich in Südamerika beheimatet, ist heute eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel im Afrika südlich der Sahara. Kassava wächst etwa drei Jahre, bevor sie geerntet werden kann. Kassava-Stattern Unbehandelt sind die Knollen giftig. Deshalb werden sie für circa eine Woche in Wasser eingelegt. Diese Prozedur entfernt das Gift und macht sie weich, sodass sie geschält werden können. Die Knollen sind die Knollen. Die geschälten Knollen werden in einem Sack gesammelt und dann für vier Tage unter ein schweres Gewicht gelegt, das das Wasser herausdrückt. Schließlich wird das grobe Knollenmehl in der Sonne getrocknet, bevor es in einem Mörser zerstoßen und das feine Mehl herausgesiebt wird. Dieses Mehl heißt auf Yoruba La Fond und bildet die Grundlage verschiedenster Gerichte. Indigo-Färberinnen produzieren La Fond nicht selber, sondern kaufen es auf dem Markt. Iallaro mischt das fertige Kassawamehl jetzt mit einigen Gramm Alaun, Sulfat, Limonensaft und Wasser. Die Mixtur wird dann unter ständigem Rühren über einem offenen Feuer circa 30 Minuten gekocht. Mario. Vielen Dank. Wenn sie erkaltet ist, mischt Yalaro nochmals Wasser bei und drückt die Paste durch einen feinen Stoff. Vielen Dank. 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 Oder auch ein kleiner Stein wird mit Stoff bedeckt und abgebunden. Die Stoffe selbst wurden ursprünglich von Hand gewebt und ausschließlich für Abbindetechniken verwandt. Die, wie ja die wörtliche Übersetzung des Wortes Adire, das was gebunden und gefärbt ist, deutlich bezeugt, die älteren Adire-Verfahren sind. Die Cassava-Pasten und vor allem die Wachsmethode sind jüngeren Datums und wurden erst mit dem Aufkommen von industriell gefertigten, glatteren Stoffen entwickelt, auf denen sich das Exklusionsmedium problemlos auftragen lässt. 1995 kostete ein Meter normalen Baumwollstoffs etwa 75 Naira. Der Gegenwert von einem Kilo billigem Reis. Brokat ist doppelt so teuer. Das ist ein Quadratmeter abgebundenen Stoffs. Der gleiche Stoff nach dem Färben und Entfernen der Fäden. In diesem Fall drückt sich der Wunsch nach wirtschaftlichem Wohlergehen nicht in einem Symbol wie dem Fundzeichen, sondern in einem Schriftzug aus. Omo Lareyaye bedeutet, die Welt ist wie ein Marktplatz, aber der einzig wahre Gewinn sind Kinder. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Färbevorgang ist im Prinzip für alle Adire-Techniken gleich. Iyalaro, Nike, Bidemi und Kehinde färben hier die von ihnen angefertigten Stoffe. Stoffe, die mit Cassava-Paste bemalt sind, müssen mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Ein längeres Verbleiben im Farbbad als zwei oder drei Minuten würde die Paste aufweichen. Bei den Wachs- oder Abbindetechniken besteht diese Gefahr hingegen nicht. Ein weiterer kleiner Unterschied besteht in der Art des Eintauchens in die Farbe. Stoffe, die mit Cassava-Paste behandelt sind, müssen vorsichtig gefaltet werden, weil sonst die spröde Paste einfach abblättert. Alle anderen werden ohne weitere Vorsicht behandelt. Dieses Eintauchen dauert jeweils ca. 10 Minuten. Danach wird der Stoff vollständig aus dem Farbbad genommen und auf ein Brett gelegt. Überschüssige Flüssigkeit kann so leicht ablaufen und die im Stoff verhaftende Farbe mit der Umgebungsluft reagieren. Dieser Vorgang wird drei- bis viermal wiederholt, bis der Stoff dann vollständig trocknen muss. Auf diese Weise wird nun fünf oder sechs Tage, manchmal noch häufiger, je nach gewünschtem Farbton gefärbt. Der letzte Schritt besteht im Entfernen des Explosionsmediums. Adire Eleko und Onibatani werden über Nacht in kaltem Wasser eingelegt, sodass die Cassava-Stärke aufweicht und sich andern Tags problemlos mit einem Messer entfernen lässt. Baumwollfäden und Raffia bei Adire Oniko und Alabere werden entfernt und der Stoff anschließend mit kaltem Wasser gewaschen. Adire Alabela wird in kochendes Wasser getaucht und so lange erhitzt, bis das Wachs schmilzt. Dann wird der Stoff in kaltem Wasser ausgewaschen. Ich war schlug. Das ist komplett gewaschen. Ich war am Herzen. Dann habe ich mir das geblaschen. Jetzt wurde er. Dann hat er sich mit dem Wasser gewaschen. Dann ist eine Stoff. Um einen leichten Glanzeffekt zu erzielen, kann nun der noch feuchte Stoff für einige Minuten mit einer Holzkeule geschlagen werden. So wird er auch weicher. Diese Prozedur ist heute aber weitgehend durch einfaches Bügeln überflüssig geworden. In früheren Zeiten war Adire die Alltagsbekleidung der Yoruba. Nach einer kurzen zweiten Blütezeit in den späten 50er und beginnenden 60er Jahren wurde sie fast vollständig durch industriell gefertigte Textilien ersetzt. In jüngerer Zeit allerdings erhielt Adire eine neue Bedeutung als traditioneller Dress bei wichtigen gesellschaftlichen Anlässen, eleganter westlicher Kleidung oder als Ausgangsmaterial für Quilts. Darüber hinaus ist diese alte und aufwändige Methode für einige zeitgenössische Künstler wie Nike Davis technisches Mittel zum ganz persönlichen künstlerischen Ausdruck geworden. Kehinde, Kasali, Mufu, Iyalaro und viele andere Mitglieder des Nike-Zentrums haben Anteil an dieser erstaunlichen und erfreulichen Renaissance. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020